Wir sind jetzt heute zum letzten Mal für dieses Jahr auf der Allgäuer Festwoche und wir würden jetzt gerne mal wissen, was eigentlich Halux Socken sind. Halux Socken sind eine Möglichkeit, um den Halux Valgus wieder langfristig zu begradigen. Damit hat man die Möglichkeit, auf sanfte Weise die ganze Schiefstellung, die Verformung wieder zu verbessern. Wenn es so normal einigermaßen ist, eineinhalb Jahre, ein Jahr bis zwei Jahre etwa, sodass das sich langsam wieder so weit verbessert hat. Kennt ihr Pippi Langstrumpf? Bei Pippi Langstrumpf gibt es Konrads Spezialkleber und jetzt bin ich mal gespannt, ob Sie hier auch sowas haben. Der Unterschied zu einem ganz normalen Sekundenkleber ist der, schauen Sie mal zu, wenn ich jetzt hier einen Tropfen Klebstoff drauf mache. Ein Sekundenkleber würde jetzt kleben. Da passiert gar nichts. Erst wenn ich ein klein wenig Druck mache. Jetzt können Sie das nie mehr lösen. Also vergleichbar mit Pippi Langstrumpfs Konrads Spezialkleber. Genau. So ungefähr.